Guckst du denn zu? Hör mal zu. Was denn? Lass mal auf. So ein Kumpel wie du, ja das geb ich echt zu, ist für mich mit das Schönste auf dieser Welt. So ein Kumpel wie du, ja das geb ich echt zu, wahre Freundschaft ist mehr wert als Geld. Jetzt komm ich. Okay. So ein Kumpel wie du, ja das geb ich echt zu, ist ein Freund, den man nicht gerne teilen will. So ein Kumpel wie du, ja das geb ich echt zu, nur mit dir komm ich an jedes Ziel. Och, das ist aber schön. Ja. Auch wenn so vieles unmöglich erscheint, denk daran, du hast nen Freund. Ja, dich. Ja, genau. Wahre Freundschaft, die man von Herzen gern gibt. Hör mal zu. Was denn? Ich hab dich. Ja? Ja, so lieb. Och, das ist schön. Ich hab dich doch auch so lieb. Ja, siehste. Und jetzt geht's ab ins Bett. Nee. Doch bitte, du bist doch hundemüde. Hä? Ich bin doch kein Hund. Das sagt man doch nur so. Es ist schon spät und du musst jetzt ins Bett. Ich frag erst gern deinen Freund, den Esel. Okay. Eselchen, bist du müde? Ia, ia, der Esel hat ja gesagt. Na, siehste. Dann geht's jetzt ab ins Bett. Für beide, okay? Okay. Sag gute Nacht zu den Leuten. Gute Nacht zu den Leuten. So, und jetzt bitte schlafen, okay? Ich bin gar nicht müde. Ja, ja, ich weiß. Sag ich ja. Gute Nacht.